Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Bottoms, einer neuen Komödie, die ihr exklusiv in Deutschland auf Prime Video sehen könnt. Mich könnt ihr aktuell nicht sehen, aber ich geh auch nicht zu Prime Video. Hallo, ich bin der Stu und bei mir ist der Max. Grüß dich, Max. Hallo und wer mich googelt, kann mich sehen. Das stimmt, das kann ich euch nur empfehlen. Das ist immer eine Reise wert. Wunderbar. Max, wir beide haben uns ja im Vorfeld schon sehr auf Bottoms gefreut, der in den USA in die Kinos gekommen ist und wie gesagt bei uns in Deutschland nur auf Prime Video jetzt erhältlich ist. Wie gesagt, ihr braucht dafür ein Abo, dann könnt ihr den in dieser Flatrate sehen. Oder kann man den auch kaufen? Ich weiß es gerade nicht, ist dir auch egal. Ja, kurz mal leiden wird schon möglich sein. Ja. Ja, egal. Wir haben uns im Vorfeld aber darauf gefreut, glaube ich, weil dieser Film ist der neue Film von Regisseurin Emma Seligman. Die hat davor Shiva Baby gemacht, den könnt ihr auf Mubi sehen. Das war zumindest mein Grund, warum ich mich gefreut habe. Hast du Shiva Baby gesehen? Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Und vor kurzem auch erst. Super. Also das ist so ein schöner, erfrischender Film. Muss dazu sagen, gibt es natürlich auch diese Hintergrundgeschichte, dass diese Regisseurin super jung ist, glaube ich, oder? Shiva Baby als Debütfilm mit Mitte 20. Ich weiß nicht, vielleicht sogar. Ja, ja, das ist schon. Ich meine, man kann ja sagen, wir beide sind ja so ein Alter. Das heißt, unsere Jugend ist schon etwas länger an uns vorbeigezogen. Und das macht einen schon ein bisschen wütend, wenn man so sieht, wo man selbst steht und dann so junge, talentierte Menschen sieht, die dann irgendwie Mitte 20 dann solche Filme raushauen. 3. Mai 1995 geboren, sehe ich gerade. Ach, da habe ich mich schon zum ersten Mal rasiert. Aber tatsächlich habe ich am Anfang gedacht, dass sie und die Hauptdarstellerin die gleiche Person sind. Und nein, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Aber die Hauptdarstellerin ist ja in beiden Filmen dabei. Genau, Rachel Sennett. Und ich muss hier ein Geschehnungs machen. Ich habe mich in diesem Film schon wieder in Rachel Sennett verliebt. Ja, das passiert schnell. Und ich glaube, dass sie ja auch. Ich frage mich nicht, wieso, die hat eine geile Ausstrahlung. Und das stimmt, das stimmt. Ich weiß gerade nicht, ob sie auch im Real Life lesbisch ist. Ich glaube, ja. Ich habe sie auch ein paar Sachen gesehen. Ich bin viel offen neben Bär. Ich finde alles aus. Ja, ihr müsst uns entschuldigen. Aber der Max kommt gerade aus einer 3-Stunden-Besprechung raus. Ich hatte einen harten Arbeitstag. Und wir haben hier auch schon fast vor Mitternacht. Und wir beide müssen morgen wieder früh raus. Aber wir versuchen hier, das unser Bestes zu geben. Ich würde mal sagen, lasst uns mal, die Thematik, ist sie homosexuell oder nicht, einfach beiseite. Und kümmern wir uns um den eigentlichen Film Bottoms. Und kannst du uns eben kurz sagen, worum geht es denn? Ja, da ist sie auf jeden Fall homosexuell. Weil sie und ihre beste Freundin, und ich weiß immer nicht, wie die Schauspielerin heißt, Ayo Edebiri, die kennt man aus The Bear. Die sind beste Freundinnen in der Highschool. Und im Prinzip durch einen blöden Zufall werden sie mehr oder weniger, ja, wie soll man es am besten sagen, nicht genötigt, aber auch irgendwie gezwungen, einen Fightclub zu gründen für Frauen unter dem Deckmantel, dass sie einen Selbstverteidigungskurs anbieten. Und ja, dieser Fightclub führt dazu, dass es eine Art Mädchen-Frauenaufstand in dieser Highschool gegen gewisse alte Strukturen gibt. Und mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ja, vielen Dank. Wenn man sich den Film so von außen betrachtet, könnte man meinen, man hat es hier mit so einer typischen Highschool-Komödie zu tun. Aber eine Highschool-Komödie, wo jetzt nicht so der Quarterback im Fokus steht, sondern es hat so ein bisschen was von Booksmart, finde ich. Also, dass halt eben die Personen im Fokus stehen, die jetzt nicht zu den, ich sag mal, oberen 10.000 der Highschool gehören. Aber ich mag Booksmart, aber Bottoms ist geiler. Muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Bottoms ist irgendwie, der ist verspielter, der ist bissiger, der ist zynischer, der ist satirischer, der ist brutaler. Ich war stellenweise überrascht, wenn da gekämpft wird. Also, da fließt schon mal Blut. Oh ja, 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 ja. Aber es war vor allem ein Film, wo ich mir dachte, also sowas wie dieser Film, das gibt es nicht so oft. Oder das gibt es nicht mehr so häufig. Er wirkt wirklich wie was sehr Frisches. So wie die Möhre, die du gerade vom Feld gepflügt hast und dann in deiner Naht schnibbelst. Ich finde, es ist ein bisschen so eine Weiterentwicklung. Also, baut schon auf diesem Geist von Booksmart auf. Und es würde mich auch wundern, wenn Emma Seligman nicht auch ein bisschen auf diesen Film geschielt hätte. Oder so Geschichten wie Superbad. Ich meine, das ist ja so eine Evolution, finde ich. Superbad über das Booksmart und jetzt hin zu dem. Und die haben ja alle drei ihren Charme. Und das ist halt jetzt ganz einfach der Frischeste von allen. Und der geht eben dann auch mit einem frischeren Humor. Ich finde, der Humor ist auch ein bisschen weirder, weil die Personen auch weirder sind. Er hat da auch so streckenweise so ein paar Sachen wie, wie hieß der? Sorry to bother you. So irgendwas oder Atlanta, irgendwas in dem Stil. Also, da könnte man sich auch vorstellen, dass da Leute wie Donald Glover irgendwie vielleicht ihre Finger im Spiel gehabt hätten. Hätte mich jetzt nicht verwundert. Ist jetzt nicht der Fall. Aber, ja, der Film, also, sagen wir es mal so, Außenseiterin 3.0 irgendwie, finde ich. Also, er hat wirklich was sehr Surrealistisches teilweise. Und er hat auch immer wieder so überraschende Momente. Es gibt halt, wie gesagt, so, also alleine wie diese Football-Klicke, nenne ich es mal, dargestellt wird. Die ist halt so überzeichnet, dass du es irgendwie nicht richtig ernst nehmen kannst. Aber gleichzeitig hast du das Gefühl, dass da schon was hinter steckt. Ja, irgendwie, also ich hatte das Gefühl, wenn ich halt in so einer Highschool wäre, und ich wäre sehr vermutlich im Verliererteam höchstwahrscheinlich, ich glaube, ich würde diese Typen so wahrnehmen, so wie sie dargestellt werden. Ich glaube, tatsächlich, das wäre so, also, ja, klar. Also, es hat so ein bisschen so einen Blick, wie Außerirdische wahrscheinlich auf die Welt glotzen würden oder sowas. Ich glaube, wenn du als Außerirdischer so einen Highschool-Film wie, keine Ahnung, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Ist das überhaupt einer? Ich glaube nicht. Egal, wir wissen, was wir meinen. Den Dingen nicht an die Hasse. Ja, sowas. Indem halt einfach die ganze Klaviatur des Highschool-Romcom-Gedödels gespielt wird. Und das schaut sich halt dann, keine Ahnung, Emperor Kang von den Simpsons an, der will genau solche Karikaturen irgendwie sehen und verstehen. Ja, das ist schon so eine Außenperspektive da drauf, die ich ganz spannend fand. Ich fand es aber auch schön, dass der Film halt seinen Wahnsinn auch so komplett umarmt. Also, das ist so ein Film, dem ist es relativ egal, dass das, was er gerade jetzt zeigt, vielleicht unrealistisch oder unpassend ist. Der macht es einfach. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz, wo in der Sporthalle ein Football-Star gegen ein Mädel kämpft. Und das ist halt ein Kampf, der sehr unfair ist. Und er ist auch sehr blutgrünstig tatsächlich. Aber irgendwie hat er mir gefallen. Nicht, weil ich auch gut stehe, aber es kam so aus dem Nichts und so überrascht. Und ich dachte, okay, das ist was. Viele Dinge kommen wie Hulk aus der Hose. Also irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Du erwartest es einfach nicht. Und du merkst halt dann auch irgendwie an den Figuren, dass die das kein bisschen erwarten, dass die da streckenweise überrumpelt werden. Überhaupt so diese Idee, Fight Club mit so Buxmaut zu mischen und das dann irgendwie auf elf zu drehen. Wie kommt man da überhaupt drauf? Keine Ahnung. Aber wenn es einen Kritikpunkt gibt, würde ich sagen, es ist halt schon so wie bei Buxmart, dass diese Figuren alle so überclever sind. So übereloquent, so übersmart. Immer so ein bisschen über den Ding stehen. Das muss man mögen. Ich glaube, wenn man schon da bei Buxmart Probleme hatte, dass diese Teenager, sage ich mal, schon so eiltschlug sind, als wären sie so alt wie du und ich zusammengezählt, dann hat man auch mit Buttons keine gute Zeit. Naja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nach zwei Minuten irgendwie aufgehört, die tatsächlich als Highschool wahrzunehmen. Also ich meine, die Darstellerinnen sind auch, die Hauptdarstellerinnen sind auch beide, glaube ich, weit aus dem Highschool-Alter raus, wenn ich das irgendwie sehe. Und nee, also wenn man mir jetzt Messer auf die Brust gedrückt hätte, hätte ich tatsächlich nicht mein Leben dafür gegeben, um die für die Highschool zu verkaufen. Aber scheiß drauf, komm, fuck it. Mich stört das auch eigentlich nicht so richtig, dass Schauspieler oder Schauspielerinnen irgendwie zu alt für gewisse Rollen sind. Da hatte ich letztens mit der Kollegin Lida eine kleine Diskussion drüber bei irgendeinem Podcast. Weil ich halt wirklich so jemand bin, das ist Nick Nolte, Nick Nolte ist jetzt 14. Okay, ist Nick Nolte eben 14. Ja, eben, das hat sicherlich irgendeinen tieferen Grund. Aber den kapiere ich nicht, weil ich so doof bin. Und deswegen, ab, scheiß drauf, Augen zu und durch. Und das ist bei Bottoms halt so, ja. Sagen wir es ist, Max, der Film ist einfach, der bietet einfach junge Frauen, die sich auf die Fresse hauen, da stehen wir drauf. Eben, auf eine gewisse Art und Weise ist das erfrischend. Es ist einfach auch super sympathisch. Und du musst ja auch sagen, dass das Casting ist auch so eine kleine Goldgeschichte, finde ich. Erstens mal diese, angefangen mit den ganzen Footballspielern, die ganz gut verkaufen. Dann gibt es da so einen, der, glaube ich, bloß zwei-, dreimal in dem Film vorkommt, so als kommender School-Shooter, der mehr oder weniger da in die, da werden immer nur die Gründe gezeigt, warum er wahrscheinlich demnächst mal einen Highschool-Massaker veranstalten wird. Dann spielt Cindy Crawfords Tochter ja in einer Rolle mit, Zekaya Gerber. Dann hast du überhaupt, das Schöne ist, es ist ja auch so erfrischend, weil es eben, ich glaube, dieser Film will dir auch ein bisschen verkaufen, dass alles Lesben sind. Keine Ahnung, alle Mädels sind potenzielle Lesben. Und ich finde das ganz cool, weil es irgendwie die, wie sagt man so, diese Geschlechterfrage sich dann irgendwann mal auch gar nicht mehr stellt. Keine Ahnung, sind das Mädels, sind das Ding, am Ende gibt es eine ganz tolle, so ein, wie sagt man, ein Showdown. Und da nimmt man es auch dann irgendwie für selbstverständlich her, dass dann diese Selbstverteidigungsgruppe gegen irgendwelche Brutalos aufs Feld ziehen muss. Und ich glaube, dieser Vertrauenslehrer, dieser, na wie heißt der, Mr. G, der ist, glaube ich, auch ein ehemaliger Footballspieler oder so. Man kennt ihn, glaube ich, auch jetzt nicht. Ja, siehst du, Marshawn Lynch, ehemaliger Footballspieler. Ich dachte, das ist ein Rapper. Ja, du, ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich die Grenzen, sind da fließend. Ich weiß nicht, da weiß man wahrscheinlich, Sven weiß mehr über den. Vermutlich ja. Ich werde ihn vermutlich auch mal niemals darüber ausfragen. Ja, egal, wieso auch. Aber der hat anscheinend sehr erfolgreich, also wäre wahrscheinlich so, wie wenn bei uns jetzt Lothar Matthäus in dem Vertrauenslehrer spielt. Das möchte niemand sehen. Nein, niemand möchte sehen. Nein, hoffentlich vergessen. Das möchte niemand sehen. Was auch noch gesagt werden sollte, du hast ihn heute genau wie ich geguckt, und zwar vor mir, und ich hatte dich gefragt, wie lange er geht, und du meintest, der ist so kurz, der ist zu Ende, wenn er angefangen hat. Und es stimmt, der ist wirklich, also das ist mal ein Film, der definiert für mich Kurzweiligkeit. Ich habe heute Abend angefangen, ich saß hier, habe gefühlt dreimal geblinzelt, und plötzlich war der Film vorbei. Und der hat wirklich ein richtig gutes Pacing. Ja, Punkt. Also da, der macht auch keine Gefangenen oder sowas, der zieht da seine Geschichte durch. Die ist ja auch sehr straight, und das Schöne ist, Straight, obwohl es um das Spiel geht. Und obwohl die Story an sich auch ein bisschen blöd ist, oder eben, also nicht unbedingt das Erste, was einem einfällt, zieht halt einfach schnell durch. Und ja, so soll es öfter sein. Also ich war wirklich überrascht, weil ich halt Shiva Baby sehr mochte, aber Shiva Baby schon ein bisschen, sage ich mal, sperriger ist. Also der ist, weil der auch anstrengend ist. Experimental, ja. Genau. Genau. War ich dann schon überrascht, wie gut und wie massentauglich Bottoms auf mich gewirkt hat. Also ich glaube tatsächlich, also du hast erstens mal, Shiva Baby ist ja so ein bisschen aus dem Nichts, glaube ich, gekommen. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass die Regisseurin da noch ein bisschen mehr auf sich allein irgendwie gestellt war. Und ist ja jetzt auch, also der Film ist so gut angekommen, das haben ja dann auch irgendwie andere Leute mitbekommen. Ich glaube, bei Bottoms hat jetzt Elizabeth Banks auch mitproduziert. und ich meine schon allein die Tatsache, dass dann Amazon halt einfach Geld dafür hergibt. Ich weiß nicht, ob da noch andere Produktionsfirmen oder. Ja, man kann halt sagen, dass ursprünglich war es MGM, aber MGM gehört ja mittlerweile zu Amazon. Ja, und so, du merkst eben auch, also das ist jetzt kein Film mehr, der nur noch an einem Ort spielt, wo es dir dann mehr oder weniger dir eben, ja, wie sagt man, so das Gelände einmal buchst für, keine Ahnung, in ein paar Wochen und dann deinen Film da drehst, sondern du bist dann natürlich Highschool und so weiter und so fort. Der wirkt schon mehr wie ein, wie ein, ja, Film, in dem einfach mehr, mehr Logistik irgendwie dahinter steckt. Und das Gute dran ist einfach, so, ich würde sagen, es ist ein, es ist ein klassischer zweiter Schritt in so einer Regie Laufbahn und das hat sie auch 1A gewuppt. Also von dem her bin ich einmal gespannt, was so als nächstes kommt. Ich auch. vor allem, ob sie mal irgendwas machen kann, was nicht so selbstironisch ist, weil ich meine, die Figuren sind, ich meine, die nehmen sich ja alle selbst nie so wirklich ernst und ich kann mir vorstellen, dass da auch vielleicht ein paar, ich glaube, bei Schiefer Baby war es auf jeden Fall mehr autobiografisch, wobei jetzt bei dem, kann man gut vorstellen, so ein bisschen eine Außenseiterrolle in der Highschool und das dann so zu verarbeiten. Ja, wobei ich sagen muss, ich finde ja diese Selbstironie so, wenn sie ist, immer super sympathisch. Wobei, obwohl trotz Selbstironie ja du sehr deutlich siehst, worum es da geht. Ja, eben. Dieses Außenseitertum und dieses Empowerment, dieses Außenseiter, das hat mir, wie gesagt, ganz gut gefallen. Ich muss aber sagen, für mich der MVP, wie es schon heißt, war tatsächlich einer dieser Football-Spieler, dieser Nicholas Galanzin oder wie er heißt, der hatte halt einfach, das war, das ist wie aus einer Sketch-Comedy, der wirkte halt wie aus Saturday Night Live entnommen und ich fand es halt wirklich christlich. Also, ob er jetzt in Anführungszeichen angefahren wird, ob er irgendwie alleine zu Hause herumtanzt oder ob er mit irgendeiner Milvenaffäre hat, jedes Mal, wenn der zu sehen war, habe ich mich wirklich am meisten amüsiert, ganz klar. Ja, aber du wusstest ja, dass der, also keine Ahnung, wenn der, das ist ja, der wird ja auch inszeniert wie so ein französischer König. Keine Ahnung und er, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht, das ist das Lustige, ich habe mir da zum Beispiel, jetzt wo du es sagst, ich habe mir nie die Frage gestellt, ob er überhaupt der hellste auf der, die hellste Kerze auf der Torte ist, weil im Prinzip alle um ihn rum so ein bisschen blöd sind. von dem her, also auch die, ich glaube, bis auf diese Hazel haben doch alle einen totalen Dachschaden. Das ist eigentlich eine interessante Frage, sind die alle komplett doof oder ist es einfach nur, dass die einer doofen Person folgen? Das ist echt eine gute Frage, vor allem, wie es überhaupt dazu kommt, dass die, ich meine, nee, es ist kein Spoiler, der Fight Club wird ja im Prinzip auch nur, die werden ja nur ernst genommen, weil aus irgendeinem Grund behauptet wurde, dass sie in den Sommerferien in der Jugendvollzugsanstalt war. Wieso? Was ist das? Finde ich, meine, diese Idee allein, finde ich super, dass da mitgespielt wird und auch wie der, ich fand, nee, sorry, dass ich da jetzt ein bisschen abschweife, aber ich finde es auch so gut, wie der Quarterback da überfahren wird, weil er wird ja gar nicht überfahren. Ihm werden nur die Schienbeile angedotzt. Nicht mal, ich meine, das ist ja nicht mal Schrittgeschwindigkeit, das ist ja 0,0000004, 0 kmh, also das ist ja wirklich gar nichts. Ja, und das sagt auch einiges über den Film aus, denn nämlich diese zwei Dinge, die wir jetzt gerade gesagt haben, also dass er leicht angestoßen wird und dieses Gerücht mit der Jugendvollzugsanstalt, die sind ja eigentlich der Grund, warum dieser Film überhaupt ins Rollen kommt. Deswegen wird diese Selbstverteidigungsgeschichte überhaupt gegründet. Aber, naja. Wie bei dem Telegramptisch werden wir uns demnächst auch einen Fight Club eröffnen. Dann hauen wir uns auf die Fresse, wir nennen das Adventskalender. Könnt ihr gerne auf dem 1. Dezember mal reinhören, das sei hier mit Werbung. Wenn du willst, können wir gerne zu einem Fazit kommen. Ja, gern. Ich meine, der Film war kurz, dann sollten wir es jetzt auch nicht in die Lege strecken. Ja, ich finde, der Film ist unglaublich unterhaltsam. Ich finde, er wirkt auf mich zumindest sehr smart. Man kann ihn aber auch komplett einfach nur sehen mit dieser obligatorischen Gehirnaus, Spaß haben, es funktioniert auch ganz wunderbar. Man muss ein Faible haben für diese Highschool-Filme, wo halt die Highschool-Schüler wirklich genau genauso clever sind wie ihre Lehrer. Das muss man schlucken, sonst, glaube ich, könnte man damit Probleme haben. Ansonsten war das für mich wirklich ein sehr spaßiger Film. Wunderbar, flotte, flutschige 90 Minuten. Und von daher weiterhin, Regis Handet, ich bin da ein bisschen verliebt in dich. Und wenn ihr Name irgendwo steht, weiß ich, es wird auf jeden Fall interessant. Das Gleiche geht für die Regisseurin Emma Seligman und aber auch für die Ayo Edibiri oder wie sie heißt, es tut mir jetzt echt leid, aber auch großartige Schauspielerin und ja, vielen Dank für Bottoms. Ich empfehle ihn sehr. Ja, gleiche von mir. Wenn ihr Prime haben solltet, dann ist es tatsächlich echt nur einen einzigen Klick entfernt. Vielleicht in die Suchleiste den Titel eingeben, aber dann einfach draufklicken. Und ich bin mir relativ sicher, da macht man nichts falsch mit. von dem her anschauen, wenn ihr auf Comedy steht, auf moderne Comedy. Wenn ihr außerdem noch mehr moderne Comedy haben wollt, habe ich ein Angenbot für euch, nämlich unsere Webseite www.tele-stammtisch.de. Da gibt es die besten Jokes, die es gibt im Podcast-Bereich. Und wenn ihr uns liken wollt, ganz einfach, den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Damit sind wir hier durch. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Max, dir gebe ich das letzte Wort. Ja, und das übernehme ich jetzt und wünsche euch auch noch einen, ja, gesegneten Tag. Bis bald. Aufsitzen. Was meine ich eigentlich mit gesegneten Tag? Keine Ahnung. Keine Ahnung, der Söder hinten drauf, den muss ich wieder loswerden. Geh weg. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus 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 Vielen Dank.